Gib mir 5! 100! NOOOOOOO! Jolleri! Da, da! Papi! Oh! Oh hey Marshmallow-Mann! Hallo! Wie ist das Befinden? Entschuldige! Kommen Sie raus mit den erhobenen Händen! Ich bin schwul! Hey, äh... Magst du eine neue Freundin? Was ist mit ihr? Sie, äh... Schlaf mein Ross! Du hast viel zu viel Weib! Wo kommen die Babys her? Baby-Kanone! Was? Ich liebe dich! Ich habe einen Freund! Oh nein! Ich lebe immer noch! Das ist mein Bub! Nein, mein Bub! Papi! Was gibt's zu Nacht? Oh, mein Leibgericht! Jetzt fang die Party erst richtig an! Das ist eine Bishma-Party! Yeah! Hallo, Sonne! Hallo! Bist du bereit zu sterben? Nein! In diesem Fall komme ich später wieder! Oh, was für einer ist er? Er ist Franzose! Wuff! Wenn ich mal gross bin, weil ich eine Tochter sei, genau so wie du! Oh... Du wirst nicht gross werden! Äh... Ich bin frei! Wir haben sie auf Kamera! Und ich habe für sie Blumen! Äh... Kommt schon zusammen! Wir machen den Mal! Tanz! Oh... Mein... Gott! Du bist ein kompletter Idiot! Und an diesem Punkt wieder ein wenig Werbung für ihr Kartenspiel gemacht! In der Beschreibung unten findet ihr natürlich einen Link dazu! Weil ich will das da natürlich nicht drin lassen! Und dann einfach keinen Link bringen! Ihr findet natürlich auch einen Link zum Original-Video in der Beschreibung! Und... Na ja! Danke fürs Anschauen! Und könnt ihr auch einen Like da lassen, wenn es euch gefallen hat! Tschüss und Tschöne! Und jetzt kommt noch ein Endesketch! Ich habe deine Nase! Was ist eine Nase? Ich... Keine Ahnung!